Heute nehme ich euch mal mit ins Candyland, nämlich mit Sugar Mass für 7,99 aus dem Apple App Store. Ja, ich wollte es eigentlich für die Pico gezeigt haben, dort gibt es das Spiel nämlich auch im Pico Store, ebenfalls für 7,99. Ich habe aber einen Quest Key bekommen. Ja, als das Spiel damals an den Start gegangen ist, hat es 19,99 gekostet und so viel möchte ich vorwegnehmen, das wäre es nicht wert gewesen. Aber für 7,99 kann man vielleicht mal einen Blick riskieren ins Candyland. Ja, ich bin im Zuckerland in Sugar Mesh oder wie sich das Ding entschimpft, 7,99 aus dem Apple App, ihr findet es aber auch im Pico Store. Ich habe einen Namen Pico Key angefragt, aber ich habe einen Quest Key bekommen, weil da gab es wieder Probleme mit Pico Keys und so weiter, egal. Ja, ich stehe hier glaube ich in so einer Shooting Gallery, würde ich jetzt mal sagen, da ist der Mr. Donut und ich soll jetzt hier den Schlüssel nehmen, ist auf jeden Fall schon mal in Englisch. Ansonsten ist das so eine Comic-Grafik, kennt man von der Quest. Okay, ich nehme jetzt mal den Schlüssel, stecke den Schlüssel ins Schloss. Okay. Jetzt tut sich was. So, schnapp dir die Uhr. Guck mal, da sind so Candys und so. Okay. Steck sie auf deine Hand. Also die Uhr, die ist schön scharf, was hier vorne so drauf ist, diese 100 Herzchen und so. So, ne. Zack. Ey. Lebenspunkte sinken, wenn du Schaden erleidest. Ich habe doch noch gar nichts gemacht. Schon ist mein... Was ist das denn? Schnapp dir die Waffe. Das sieht ja lustig aus. Okay, schnapp dir Munition. Leg sie da rein. Und jetzt? Drücke die Auslösetaste, um den Feind zu treffen. Okay. Schnapp dir den Lebensbooster. Drücke Auslösetaste. Ah, jetzt geht es mir wieder gut. Ah, okay. Ich habe hier 17 Schuss. Guck mal. Hä? Ach so, Raketenbooster. So, wo soll ich den reintun? Drücke die Auslösetaste. Ah, okay. Okay. Triff die Kugel, um sie zu zerstören. Ah. Glückwunsch. Jetzt habe ich Punkte bekommen. Also, ich muss Kugeln abschießen. Ich habe einen Raketenbooster. Und, ähm, okay. Fortsetzen. Aber was es jetzt letztendlich ist, ich habe keine Ahnung. Verborgener Dachboden. Verwende den Arcade-Automaten, um meine neue Waffe zu wählen und zu kaufen. Verborgener Dachboden. Spiele Levels Anode, um einen höheren Rang zu erreichen. Okay. Spiele ein Minispiel im Arcade-Automaten. Okay, da gibt es noch Minispiel im Arcade-Automaten. Okay, annehme. So, jetzt bin ich hier auf dem Dachboden. Kann mich hier aber nicht drehen. Gibt es hier auch irgendwie Einstellungen oder so? Außer Betrieb kommt später wieder. Ach, ich darf jetzt hier nicht mit dem Arcade-Automaten spielen. Es sieht aber sehr stimmig aus, muss ich sagen. Also, irgendwie hier so, ähm, flickernde Kanten halten sich hier mega in Grenzen. Also, ich sehe eigentlich gar nichts. Das ist wirklich eine schöne, stimmige Comic-Grafik. Okay, drücke jetzt trotzdem mal ein Menü. Da kommt was. Okay, Anleitung, Deutsch, fortsetzen. Ja, mehr kann ich leider nicht machen. Bin ja von dem Candy-Himmel, ne? So, okay, machen wir fortsetzen. So, was kann ich jetzt hier machen? Okay, guck mal, der wackelt, ja? Okay, das ist der Candyman hier, ne? Das ist der Donut-Mann oder was ist das hier? Schoko-Drop-Mann. So, jetzt tut sich hier was. Jetzt kommt so ein Buch. Das ist ja witzig gemacht. Tale of... Was? Was soll das heißen? Ah, Tale of Two. Okay. Dies ist auch eine Geschichte über einen Zuckerprinzen. Aha. Ist ja lustig gemacht. Das ist ein Zuckerprinz. Der davon träumte, ein riesiges Klinikreich zu errichten. Okay, du Zuckerprinz. Guck mal, der hat hier so ein... Das ist so ein Koch. Ich dachte, das wäre ein Staubsauger. Um seinen Traum zu erverwirklichen, baute der Prinz einen Robotassistenten namens Robbie. Okay. Lasst mich raten, ich bin Robbie. Sie arbeiten unablässig zusammen. Nicht nur als Partner, sondern als echte Freunde. Also, die sind Freunde hier, die beiden im Zuckerland, ne? Am Ende bauten sie ein Königreich, in dem jeder gerne leben würde. Irgendwas ist hier, glaube ich, gerade abgestürzt. Ja, Leute, ich bin wieder in Tale of Two. Mal gucken, ob es jetzt funktioniert. Also, ich lese ja, da sind noch mal alle vor. Es ist abgestürzt, ne? Okay. So, wo waren wir denn? Ich weiß es gar nicht. Hier beim Roboter, da waren wir schon. Roboterassistenten. Da, Freunde hatte ich auch noch. Am Ende bauten sie ein Königreich. Okay, das ist neu, ne? Okay, ja. Aber das war noch nicht alles. Der Prinz wollte sein wunderbares Königreich noch besser machen. Okay. Das ist mittlerweile, ist immer noch kaputt. Deshalb hatte er sich einen neuen, stärkeren Assistenten namens Robbo zugelegt. Jetzt hat der Prinz keine Zeit mehr für seinen ehemaligen Freund Robby, der plötzlich überflüssig geworden ist. Oh, jetzt ist Robby traurig, ne? Im Königreich herrschten Friede und Freude und Robby war bestimmt traurig. Doch in einer schicksalhaften Nacht griffen Kuchen das Schloss an. So, jetzt geht's los. Ich darf jetzt was machen. Die Geschichte von 2. Besiege ganze Wellen von Feinden, um das Spiel zu gewinnen. Seite 1 von 3. Achso, nächster Hinweis ist A. Du verlierst, wenn deine Nimmpunkte auf 0 fallen. Ach nee. Nutze die Schaltflächen greifen, um die Waffen von einer zu anderen Hand zu wechseln. Okay. So, ich hab jetzt hier meine Waffe. Okay. Ja, aber das sieht optisch wirklich cool aus. Okay, ich tu mal was Neues rein, ne? Okay, das baut sich dann wieder auf, ne? Hey! Okay, jetzt geht hier einfach nur rumge... Hey, rumgeknattert. Hey! Das ist gar nicht einfach hier, der Kram. Boah, Leute. Zack. Was denn? Also, man kann die Trigger nicht festhalten. Man muss... Au! Mann! Hat grad noch geschärft. Volltreffer. So ein bisschen Wums fehlt mir dahinter, ne? Wo ist er? Ah, da kommen noch welche. Guck mal. Kann man das auch abschießen? Das ist ja ein Leuchten dann die ganze Zeit. Passiert aber nichts. Okay, das ist eine reine Ballerbude, ne? Es ist optisch okay. Aber es macht nicht wirklich viel Neues, oder? Ach, scheiß hier. Also, das ist ein ganzes Coole, wenn die so auf einen zukommen hier. Das ist witzig. Ich habe hier eine Rakete, guck mal. Kann ich auch nutzen? Hier, Rakete. Hat es ja vollgebracht. Boah. Bin ich eigentlich gut? 45, 45. Was ist denn hier mit Leben? Was ist denn hier mit Leben? War das Leben? Ne, ne? Ach, scheiße. Bin leer. Das ist aber so viel mehr. Das ist aber so viel mehr. Ich habe es geschafft. Sieg. Ja, Level 1. Da fehlt aber noch ein bisschen was hier, ne? So, Combo. Hier, geh mal bis zum Fähnchen. Ich habe es geschafft, Kollege. C, ist nicht gut, ne? Fortsetzen. Also, ich soll so maximal vier bis fünf Level zeigen, wurde mir gesagt. Aber wenn dann, ja, hallo, du magst, nochmal eine neue Waffe zu wählen oder zu kaufen. Spiel, ja, das hatten wir doch schon, ne? Spiel Level, ja, ja, okay. So, jetzt geht das Ding hier. Guck mal. Achso, ah. Ich habe 600. Also, das Ding habe ich, ne? Das kann ich mir nicht kaufen. So, kann man das upgraden hier irgendwie was? Ne. Ah, guck mal. Hier kann man spielen. Feuer springen. Zum starten Feuer drunnen. Okay, hier ist so ein Minispiel drin. Guck mal. Oh. Das ist aber nicht einfach. Oh. Was habe ich davon? Kann ich da was gewinnen? Ich muss das Bonbon da rumkriegen, ne? Ich schaffe das nicht. Ich komme da gar nicht hoch. Ach, Mann. Ey. Also, das sieht wieder einfacher aus, wie es ist. Ach, Mann. Ach, ich bin verloren. Zum starten Feuer drunnen. Okay. Ja, gut. Hier kann man dann auf jeden Fall spielen. So, ich habe aber nur 600 Gold. Kann ich nicht weitermachen. So, was passiert jetzt hier? Ah, jetzt wird hier so ein kleines Wegelchen. Guck mal. Kommt der nächste Level. Jetzt wird die Geschichte wahrscheinlich weitererzählt, ne? Time. Was? Time to? Time. Okay, jetzt kann man sich wieder die Geschichte hier durchlesen. Aha. Das finde ich cool gemacht mit dem Buch hier, ne? Ich mache das jetzt mal schnell, nicht, dass der wieder abstürzt hier. Ich habe ein bisschen Angst. Okay, jetzt schauen wir uns mal den zweiten Level an. Erreiche das Ende der Straße, um zu gewinnen. Okay, jetzt wird irgendwas gefahren. Karnevalzeit. Du verlierst. Ja, ja, das kennen wir doch schon. Dann muss ich schon, okay. Ah, guck mal. Jetzt wird hier rumgefahren. Sehr cool. Das ist ja cool. Das gefällt mir. Mal, da ist ein Ball hier. Ich bin hier voll auf dem Jahrmarkt unterwegs. Ist aber langweilig. Hier passiert... Ja, da passiert was. So, ich lade jetzt immer direkt nach. Bis jetzt bin ich sehr gut, ne, oder? Das läuft auch total butterweich. Okay, bei der Optik, ne? Aber die Optik ist ja jetzt nicht schlecht, ne? Aber es ist halt so eine simple Optik. Was ist denn da hier mit den grünen? Ja, den wollte ich haben. Oh, jetzt geht's hier weg. Ab, guck mal. Oh, das ging jetzt so ein bisschen in den Magen hier. Muss ich ja gestehen. Also, es ist schon witzig, wenn die auf einen zukommen, ne? Aber 8 Euro finde ich hier völlig fair. Das hat ja, glaube ich, mal 20 Euro gekostet, ne? Das war natürlich dann viel zu viel. Oh, guck mal. Jetzt geht's hier richtig abwärts. Okay. Uh, Gruselwagen hier oder was, ne? Ja, es ist lustig, ne? Es ist mehr für Kinder, oder? Jetzt habe ich hier sogar einen Erste-Hilfe-Koffer. Guck mal. Brauche ich gar nicht. Ich bin dann aber 100 neben. Bin richtig gut. Kommt. Ah, das geht wieder in die Knie hier. Das ist echt scheiße, wenn man das im Stehen spielt. So. Aber ist lustig. Hat was. Also, das war bestimmt hier der grüne Kobold hier, ne? Wenn ich da aufgenommen hatte. Okay, ich habe das einfach mal benutzt, ne? Ich wollte ja das mal benutzen. Bin ich jetzt hier sinnfrei bei einem, ne? Das ist das Tor. Da habe ich, glaube ich, gewonnen, ne? Guck mal hier. Ich habe nicht einmal hier was im Leben abgekriegt hier. Aber jetzt doch. Scheiße, war doch nicht das Tor. Okay. Aber es ist lustig, wo die so alle rauskommen aus den Ecken und so, ne? Also, es ist nicht immer ersichtlich. Also, es ist ein bisschen Überraschung mit bei. Oh, oh. Ich habe mir einfach so in die Ecke geflitzt hier, der kleine Blöd hier. So, ich muss auch wieder eine Rakete bekommen. Also, das muss man dann abschießen. Geht aber lange, so ein Level hier, ne? Kuchen greifen dann. Da ist aber jetzt Ziel. Da ist ja Ende hier. Das ist so ein Rambock. Habt ihr euch so gedacht, ne? Haha. Komm. Komm, da kommt bestimmt noch mal was hier zum Abschluss, ne? Komm mal. Ich habe es geschafft. Yeah. So, Level 1. Also, kriege ich mal eine neue Pistole, ne? So hast du dich gerade hier den Strahlendarmann gesehen. Ja, Rang S hier. Guck mal, 1000 extra. Fortsetzen, natürlich. Gut. Ja, das haben wir alle schon gesehen. Jetzt wollen wir nochmal gucken. So, jetzt habe ich 1600. Was kostet das? Was passt jetzt hier? Ja, das ist die beste mit 5000, ne? Also, die. Zweieinhalb kostet die nächste. Okay, das ist das. Kann ich mir nie leisten. Okay, dann spielen wir noch einen. Komm. So, wir machen mal drei Level, dann passt das doch, ne? Habe ich euch nicht zu viel gezeigt. Bleibt noch ein bisschen was für euch. Gucken, ob das jetzt wieder mit Fahrern ist oder ob das wieder jetzt so ein Gallery-Shooter ist. So, die Geschichte habe ich euch jetzt weggemacht. Ich will euch ja nicht alles spoilern, ne? Könnt ihr euch die Geschichte dann selber noch durchlesen, wenn ihr das gekauft habt. So, alte Tage. Verwende die Schaltfläche auf dem Panel, um das Puzzle zu manipulieren. Es kommt schon wieder was anders. Okay. Aha. Soll ich machen? Alter, das ist ein Puzzle da. Guck mal. Hä? Alter, das ist richtig. Habe ich doch geschafft. Das war alles? Okay, dann machen wir noch Level 4, würde ich sagen, ne? Aber jetzt kann ich was kaufen, die, glaube ich, ne? Oder ne? Hier, 1.100, fortsetzen. Es reicht noch nicht, ne? 2,5 brauche ich, ne? Okay, sind noch Rätsel mit drin? Ja, 2,5 brauche ich. Reicht leider nicht. Ach, schade. Ja, komm her, du Puppe. So. Gucken wir mal da. So, Friend in... Was war denn? Friend in me oder was? Ne, Moment. Okay. Aber alles kam anders. Okay. Alles kam anders, Leute. So, Freund in Not. Trifft das Robbo an seinen schwachen Stellen, um ihn zu besiegen. Es kommt hier ein Endgegner, ne? Nicht alle können angehört werden. Hier ist das Ziel, um dich zu teleportieren, um Schaden zu vermeiden. Aha. Gut, gut, dass ich mir alles durchgelesen hab. Hm? Ah, okay. Okay, jetzt werde ich hier teleportiert. Okay, da passiert nichts. Pasiert da was? Nicht wirklich, oder? Ja. Okay. Ich schieße aber mal drauf, hm? Ich weiß nicht, wie auch wir sind, die schießen soll. Ach so, da sind... Ah, guck mal, da sind... Ah. Da sind so rote... Hallo? Aber ich bin kurz vor Tod hier. Okay, ist das lustig gemacht, ne? Wo sind denn hier so diese roten Punkte? Da waren gerade so rote Punkte zu sehen. Aber ich weiß nicht, was ich hier treffen soll. Jetzt passiert irgendwie nichts. Ich hab hier ganz viele... Erste Hilfe geklisten. Jetzt hab ich's gesehen, okay? Ah, jetzt hab ich was gemacht? Der heilt sich wieder. Was soll das denn? Da war ich halt tausend Jahre hier. Okay, immer wenn das... Also ich werde praktisch gezwungen, hier die Heilung abzuschießen. Jetzt heilt er sich wieder, blöd. Okay, jetzt wird es langsam, ne? So. Was soll das denn? Ich bin ein Wettbewerb. Ich bin ein Wettbewerb. Okay! Ja, komm mal! hey so 28% Was macht denn das Ding? Was macht denn der da? Man knattert die einfach nur so rum, ne? So ein bisschen. Hast du dich lustig gemacht? Hab ihn gleich. Ein Prozent nur. Das hast du so gedacht, ne? Ja, komm. Da bin ich. So, tschüss. Leg dich nicht mit mir an. So, Sieg. Ja, kann man machen, oder? Fortsetzen. Vier Minuten hab ich gebraucht. Okay. A+, kann ich mir nehmen. So, jetzt gucken, ob ich meine Knarre jetzt aufgelevelt habe. Wahrscheinlich, ne? Immer noch Level 1. Was soll das denn? Ich hab alles gegeben hier mit der Knarre. Aber ich kann mir was Neues kaufen. Guck mal. So, die kann ich jetzt kaufen. Bist du sicher? So, jetzt hab ich die andere Kanone, ne? Genau. Ja, das ist Sugar Mesh. Ja, sind noch ein paar Level drin. Ist niedlich gemacht. Für 8 Euro kann man eigentlich machen, ne? Wenn man auf sowas steht. Wenn man auf sowas steht. Gut Leute, ich geh noch ein bisschen rumknattern und ihr schaut noch das Fazit mit mir. Es erfindet VR nicht neu. Es erfindet VR nicht neu. Es ist kein AAA-Titel. Nein, es ist ein App-Lab-Titel. Und wie gesagt, die Preisreduzierung von 8 Euro tat dem Ding auf jeden Fall gut. Weil 20 Euro wäre es definitiv nicht wert gewesen. Es ist aber sehr solide programmiert. Es sieht gut aus. Also keine flackernden Kanten oder so. Es ist noch ein kleiner Arcade-Automaten mit drin. So als, ja, kleines Sahnehäubchen. Und dann ist das ganze Ding ein Gallery-Shooter. Aber mit sehr viel Abwechslung, muss man sagen. Der erste Stage, das war reines Gallery-Shooting. Das zweite war schon in einer Lore. Das war sehr lustig. Das dritte war ein Rätsel. Das war relativ einfach. Und beim vierten Level hatte ich schon einen Bossgegner. Und es kommt natürlich noch viel, viel mehr. Also für 8 Euro, wenn man auf diese Art von Spiele steht, kann man das machen. Weil es ist wirklich sauber und gut programmiert. Also es sieht sehr gut aus. Es spielt sich sehr gut. Es ist lustig. Wenn die großen Süßigkeiten auf euch zukommen, ja, die kommen richtig nahe. Das ist immer so ein ganz, ganz cooler Effekt. Das Ballern hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr Druck auf der Knarre noch gewünscht. Das fühlt sich ein bisschen lame an, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber im Großen und Ganzen, hey, für 8 Euro, ja, kann man machen, wenn man ein bisschen, ja, komikhafte Shooter-Galerie-Unterhaltung sucht. So möchte ich es gerne mal nennen. Ja, eure Meinung zu Sugar Mass? Schreibt die gerne mal in die Kommentare. Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Werde mir natürlich alles durchlesen und natürlich auch alles beantworten. Und jetzt möchte ich euch noch gerne auf unseren Discord-Server einladen. Der Link zu unserem Discord wie immer in der Videobeschreibung zu finden oder einfach wea-discord.de eingeben. Zack, bekommt ihr eine Einladung. Es erwartet euch eine riesige, große, chillige VR-Community mit über 1000 Member. Also einfach mal vorbeischauen. Wir freuen uns auf euch. Ja, jetzt gehe ich wieder ins Candyland und dann hoffe ich, wenn ich wieder aus dem Candyland rauskomme, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.